Für den Imperator. Okay, der ist tot. Für den Imperator. Scouts bereit. So. Allzeit bereit. Dann kundschafte ich das Gebiet nochmal ein bisschen aus. Allzeit bereit. Mal sehen, wo sich die nächsten verstecken. Allzeit bereit. Hoah. Scouts, greif an. Diese Struktur ist ein Warp-Portal in das Netz der tausend Tore. Die Eldar benutzen sie, um schnell von einem Ort zum anderen zu gelangen. Wir müssen jedes Warp-Portal vernichten, um die Mobilität der Eldar einzuschränken. Wow. In der Mission davor haben wir es doch erkannt und auch zerstört. Also, wie kommt jetzt nochmal die Anleitung dafür, sozusagen. Naja, egal. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Ich treffe immer meine Ziele. Angriff. Für den Imperator. Scouts bereit. Allzeit bereit. Dies ist ein guter Standort, um eine Basis zu errichten. Gabriel an Litanei der Wut. Schickt ein HQ an meine Position. Jetzt. Wir werden beschossen. Okay. Ja, wohnt. Perfekt. Das wird jetzt alles angefordert. Angreif. Ich glaube schon mal mit denen hier an. Ja, wohnt. Für den Imperator. Für den Imperator. Fürchtet nicht die Psyonika. Zu mir, meine Brüder. So. Ja. Jawohl. Jawohl. Und gleich ist es fertig. Nee, noch lange nicht. Nicht mal die Hälfte. Der Glaube besteht ewig. Naja, lass ich lieber. Ich hab noch so wenig Rohstoff. Ich produziere ja noch nichts daher. Lass ich das doch mal lieber. Oh nein. Angreif. Für den Imperator. Schwere man aufs. Wir werden beschossen. Der Trupp zerschlagen. So, die sollen jetzt hier bleiben. Wow. Wie ihr verlangt. Für den Imperator. Jawohl. Ja. Moral des Tops wiederhergeschäft. Verkloppt sie. Oh Mann, das dauert aber auch lang. Ja. Wenn das gleich fertig ist, wird da gleich schon das nächste gebaut. Bau-Routine 721 eingeleitet. Wir werden beschossen. Fertig. Ja. Als nächstes eine... Kapelle. Bauer-Routine 721 eingeleitet. Dann wird nochmal Dorf-Brunner einstellt. Jawohl. Das wird ausgebaut. Ich bin hier wie befohlen. Ich verstehe. Ihr könnt darauf vertrauen, dass die Imperiale Armee diesen Pass halten wird. Kein Ork wird durchkommen. Haltet mich über die Situation auf dem Laufenden. Falls es mir möglich ist, werde ich euch bei einem Ork-Angriff Verstärkung schicken. Ja, mein Lord. Wow. Wow. Menschen, ihr seid doch zu was gebrauchen. Also ist unsere Krasse doch nicht so schlecht. Ah, Energie stimmt. Ja. Bau-Routine 721 eingeleitet. Ja. Bau-Routine 721 eingeleitet. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Fertig. Bau-Routine 721 eingeleitet. So, ist da noch eine Rüstungskammer. Bau-Routine 721 eingeleitet. Wie ihr verlangt. Wie ihr verlangt. Bau-Routine 721 eingeleitet. Wie ihr verlangt. Wie ihr verlangt. Bau-Routine 721 eingeleitet. Ja. Ja. Ja? Hm, wasche ich jetzt mit euch, ähm... Jawohl!